Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge Minecraft Singleplayer Part 189. Mit dabei ist der Sony-Styles Gaming. Guten Tag. Alles klar, du Blindel, sag nichts. Habe ich doch gerade gesagt Guten Tag. Nee, man hat es nicht gehört. Man hat es echt nicht gehört, Tobias. Was ist schief? Guten Tag. Ja, jetzt. So, ja. Ich wollte, ja, ich muss jetzt erstmal wahrscheinlich schlafen gehen, ja, natürlich muss ich schlafen gehen. Ich wollte heute mal ein bisschen weitermachen an der Burg da hinten. Wollte schon mal mit der Eisenbahn hinfahren und dann mal das Land ein bisschen flacher machen, beziehungsweise anpassen. Dazu brauche ich ein bisschen Flint, den haben wir ja schon dabei. 2 Level. 2 Level. Bei Folge 200 bin ich dabei. Ja. Level 200 wollte ich nicht sagen. Ja. Ja, ich habe ein Screenshot vorhin gemacht, auszusehen. Das seht ihr jetzt hier. So, Schaufeln haben wir genug. Nee, haben wir nicht. Müssen wir so ein paar Schaufeln machen. Geh doch. Danke. Schaufeln. Och, wir müssen das ganze Dirt wegbringen. Was ist da los? Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, ein bisschen was hatten wir, glaube ich, ein bisschen was an der Baumfarbe gemacht. Heute geht es weiter im Text. Oh, wir haben ja genug Eisen. Das ist ja schon mal... Das sieht ja schon mal aus. So, eine Spitzhacke. Ein Schwert. Eine Schaufel. Und eine Axt brauchen wir. Wollen wir mal hier wieder was haben im Vorrat hier. Das ist ja sehr mau. So, dann brauchst du Dekoration. Das kommt... Das kommt da hin. Fanskate können wir... Ah ne, sind ja keine Fanskates. Aber trotzdem können wir die da hin tun. Genug Dings haben wir. Glas haben wir auch. Können wir zum... Sand tun. Von dem wir mal ein bisschen wieder fahren müssen demnächst. So, jetzt geht es mit der Bahn. Dann... Erstmal drei Stunden nach... Zu dem Berg. Ja, ich setze bestimmt nichts auch mal dran und mache die Monsterfalle wieder weg. Ja, ich habe mir so eine Monsterfalle gebaut, aber die ist nicht effektiv und die habe ich mir zudem auch zum größten Teil gecheatet und die passt da nicht rein, die kommt wieder weg. Die kommt weg, die scheiß Falle. Da kommt aber was anderes hin. So, wir sind unterwegs mit der Bahn. Das dauert ungefähr eine Minute mit der Bahn. Ha! Habe ich mir ja was ausgesucht. So. Ja, wir hätten Erde gebraucht. Ah ja. Egal, man kann immer improvisieren. So. Erstmal das ganze Holz fällen, weil die Bäume kommen hier weg. Ja, hier muss ich einiges mit Dirt auffüllen. Dafür kommt das hier alles weg. Amenakol. Ich habe gesehen, du spielst auch Minecraft. Hm? Ich habe gesehen, du spielst auch Minecraft. Ja, auf beiden Plattformen, aber momentan spiele ich auf beiden Plattformen nicht so oft. Ja, du hast aber doch ein Video hochgeladen, oder? Äh, oh jes Gott, das ist, das ist alt. Ja, das war noch früher noch ein Clan da, wo noch der Sepp dabei war und so was. Ehrlich? Ja, ja. Das ist doch ein uraltes Video. Warum hast du das, wo hast du das noch ausgegraben? Äh, ich habe meine Videos mal so durchgeguckt, ne? Etwas später und sowas, da habe ich so eine urrichtig alte Folge von Fantasien noch, von früher. Wo wir noch beim Blowfly noch früher waren, ja. Ach du Scheiße. Ja. Eine uralte Folge, ey. Ich habe gedacht, hey, ich habe so die Videos so heute Morgen kurz, hast du gesehen, dass es heute Morgen kurz online war, ne? Äh, hab mal durchgeguckt, ne? Ich denke mir so, warum ist das Video auf, äh, 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 privat? Oh Mann. Habe ich selber gewundert, ey, was das für eine Folge ist, Alter. Ich wollte ja selber nicht, dass ich die noch aufgenommen habe, ey. Ich glaube, ich, so vier habe ich aufgenommen, ey. Ich weiß selber nicht. Wie viele Parts hast du noch? Ich weiß nicht, ich glaube nicht so viel, glaube ich nur sechs. Noch? Auf deiner Platte? Nein, ich meine von den FP Fantasien in meinem Channel, weiß ich jetzt selber nicht. Okay. Ich möchte sowieso mal so, so richtiges geiles Projekt, äh, Projekt mal machen, so, so dauerhafte Projekt bei Minecraft. Ja, das stimmt. Aber was Neues ist jetzt das Survival oder, oder, äh, was weiß ich, was da alles gibt. Alter, warum ruckelt das denn hier oben? Warte mal, ich kann jetzt mal kurz gucken auf meinem Channel, ob ich da überhaupt noch Videos drauf habe, weil auf meine externe Fischplatte habe ich das ja nicht mehr drauf. Ach du Scheiße, ich darf jetzt so viel Erde abfarmen, liebe Zuschauer. Das, das freut euch doch, oder? Das freut euch doch bestimmt. Aber es ruckelt hier. Warum? Keine Ahnung. Mal selber. Ich habe irgendwas mit über 500 Videos erst, also ich bin jetzt einmal in der Hälfte von 600, also gar nicht annähernd. Ich habe jetzt schon 2000. Ja. Mal kurz, warte mal. Oh, ich bin ja da ewig rum. Eigentlich wollte ich ein Special machen, aber, naja. Warte mal, hier ist Part 5. Ups. Nein, das soll jetzt nicht. Guck mal, da habe ich sogar noch alte Folge noch von Let's Play Minecraft 2 Keva Part 2. Ach du Scheiße. Da wo mir zwei eigene Servergruppe habe. Formen. 21.06.2014. Jawoll. Vor zwei Jahren. Am 21.06. Hier noch mit... Warum ruckelt das so, liebe Zuschauer? Das macht keinen Spaß. Tut mir leid, dass es so ruckelt. Das sind alte Videos, ey. Ich kenne die fast gar nicht mehr. Lockerhafen. Alter. Die kenne ich fast gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe hier noch privat gestellt noch Halloween Special Horror Night Slenderman Teil 1 vom 1.11.2013. Da kannst du alle wieder löschen, Alter. Als Slenderman, guck keine Sau mehr an. Nein, nein, nein. Nein, nein. Das ist schon... Das ist einfach so. Minecraft Singer. Schaut es an. Ey, warum ruckelt das? Oh Gott, da habe ich noch mein altes Mikrofon noch, ey. Ja, ich habe mir mal Parts von mir angeguckt, so alte, ey. Was ich da für Mikrofone hatte, ne? Früher war das aber... Früher waren die geil. Ja. Jetzt inzwischen gar nicht mehr so die Membran ist da. Ja. So, wie sie sehen, sehen sie, dass ich nichts mehr habe. Craft Singleplayer, Alter. Ich glaube, ich muss meinen Kanal mal ein bisschen durchforschen. Ein paar Sachen löschen, Alter. Ich habe hier auch noch Slenderman, den Showdown. What the fuck? Alter, da muss ich auch viel löschen, ey. Slenderman, Slenderman. Horrorabend. Vielleicht der Horrorabend? Was ist das? Ja. Ja. Ja, warum hast du es alles auf Privat gestellt? Hab ich... Vergesse... Äh... Ich mache... Ich weiß selber nicht mal. Keine Ahnung. Ob der Tobias Dumis ist, ist die Frage. Horrorabend SCP-432. What the fuck? Was sind das für Videos, Alter? Was? 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 Also ich sage mal so, über den Channel muss man mal ein bisschen aufräumen, ey. Ja. Bestimmt, ich wollte die Aufmachsachen kommen, ey. Nee, ich habe letztens erst aufgeräumt. Sag mal, die, die alten, die wo privat sind. Was ist alles löschen? Deck Ops 2. Ja, ich würde schon die, wo du online hast, würde ich nicht mehr löschen. Nee, nee, die wo bei Privat sind, meine ich. Da raus schmeiße. Irgendes Abo Special. Ey, Alter, das sind doch so uralte Videos, ey. S und Z-Quickscope mit dem Clan Z-Nays. Ich kenn dir, Alter, nimm mal diese alten Videos, Alter. Läuft bei dir, Tobias. Fett bist du geworden. Nein, Spaß. Test-Test-Game-One-Late-Night. Alter, was sind doch für Videos. Richtig alte Videos, ey. Infos über Metro Last, Like und die neuen DLCs bei Black Ops 2 PS3 in Sherman hat die. Alter, das sind Videos, ey. So, ich muss jetzt wieder mal zurückkehren. Weiter geht, Alter. Ich muss selber gerade lachen, wenn ich meinen Kanal durchscrollen tu, ne? Ach nein, da ist schon das erste Skelett. Ach, fick dich bitte. Fick dich bitte. Habe ich so dermaßen Aufrufe gehabt, ey. Uralten Dingersee. Ja. Test 10.03.2013 um 1 Uhr 33, Black Ops minus PS4 vor minus Nachteile. Alter, das sind so alte Videos, ey. Achtung, nicht erschrecklich. Achtung, nicht erschrecklich, wenn du mit dem Fahrrad noch ein bisschen wegrutschen. So. Weil ich, wenn jetzt erstmal die alten Videos, wo, äh, auf Privileg gestellt ist, erstmal löschen, Alter. So. Was ist das erste Video beim Privileg? Was ist das erste Video beim Privileg? Was ist das erste Video beim Privileg? War noch Zeit mit Black Ops 2 hier. Ja. So. Abosbeste. Kann man auch. Löschen. Warte. 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 Ich mach jetzt nur Devo auf Privatsinn, ne? Na ja. Ich muss hier kommen und sehen. Vielleicht lass ich drinnen. Muss du wissen. Na ja, jetzt löscht ich schon. Aber ich sowieso, warum ich die so dermaßen, äh. Abo. Spätzle. 50 Abo Special, das hab ich gelöscht, ey. So, ich brauch auch was zu essen und wir gehen erstmal schlafen. Auch löschen. Guckt meinen Schwanz an. Ich kann euch nicht sagen, warum das so ruckelt, Alter. Ich könnte ausrüsten. Ich muss dann dem nächsten Part nochmal die Grafikeinstellungen überarbeiten. Ich glaub weniger, dass es an deiner Grafikkarte liegt. Ne, aber vielleicht an den Grafikeinstellungen von Minecraft. Hm. Ich glaub es weniger. Deshalb wird das heute nur ein 20 Minuten Part anstatt 30 Minuten, weil ich wollte ja sowieso auf 30 Minuten erhöhen. Tut mir leid, aber Folge 189, 20 Minuten. Läuft bei mir nicht. Hubs 1 Live Commentary. Ach du Scheiße. Wer braucht Schneebille? Da hab ich noch eine Demo gespielt. FIFA 14. PS3. Okay. Muss grad selber lachen. Ahja. Ahja. Ja, aber noch sogar richtig alte Folge, wo drei Jahre alt sind. Formel 1 2010. Ja, aber die würd ich ja lassen. Ja, die lass ich ja. Aber die anderen Folgen, die privat sind, die kann ich löschen. Die probier nicht. Freestyle MB3. Wtf. Oh Gott. Freestyle MB3. Freestyle MB3. Da hab ich noch am Anfang das Intro noch benutzt vom, 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 vom Blow Clan, wo die zusammengestellt hab da. Ach du Scheiße. Hab ich auch noch drin, ne? Zum Glück hab ich das nie genutzt. Zum Glück hab ich das nie genutzt. Oh Gott, hab ich da nen scheiß Mikro. So scheiße. Alter, was die, ich hab voll das scheiß Mongo-Mikro, Alter, wenn ich das anhöre. Weißt du, das ist das, ähm, das richtige alte Mikro, ich weiß jetzt das Modell nicht, Logitech, äh, was weiß ich, schlag mich tot. Ähm, das war das ganz alte, weißt du, wo früher zwei so Audioanschlüsse waren und dann USB. Ja, ja. Uralte Dinger, ey. Wenn ich dies anhöre mit meinem, äh, Wazerkragen hoch, Wazerkragen Pro, hätt's ja nett, das hört sich total schlimm an. auch privat auch löschen gut dass du mich daran erinnert hast ich habe auch meinen kanal mit sauber gemacht ja das ist manchmal ab und zu von vorteil ich frage mich selber ich bin selber verwirrt was ich da für videos hochgeladen habe die sind fast drei bis vier jahre alt zwei kisten mit man muss auch sagen guck mal ich mache schon zeit wann wann habe ich angefangen das war glaube ich 13 der märz 2013 habe ich angefangen rechtens das mal mit könnt hinkommen lieber mh ich komme gleich wieder muss kurz auf die toilette beeilt mich natürlich das mikrofon müde dass du nichts hörst ne bitt klein blindl so holz ich habe so viel holz ohne witz ach ja so jetzt muss ich noch herr mir wieder werkzeug machen sorge dass ich hier nur am grafen bin aber am besten schaufeln machen wir uns mal ein paar einige schaufeln und drei äxte und wieder vier schaufeln und das ruckelt so hart alter ich kotz noch heute im rechteck okay ja damit sind 20 minuten um ich würde sagen im nächsten part sehen wir uns ruckel frei wieder macht's gut bis dahin ciao leute euer mh2 605 und euer mit den alten videos blindel troll troll